Im zweiten Lied möchte ich doch etwas sagen. Als wir dieses Musical zusammen mit dem Jürgen Bezirkau die Texte geschrieben haben und uns dort zusammengeführt haben, da war irgendwie klar, wenn die dann so lange in der Arche sind und warten, und das Gefühl, das kennen wir sehr gut, ja, es ist uns wichtig, dass wir in hoher Erwartung sind, so war da auf einmal der Gedanke an vielleicht zwei oder mehrere, die so in kleinen Gruppen in der Arche sitzen und es plätschert draußen und es regnet. Dieser kleine Gedanke nach Hoffnung, wo bist du? Geh doch nicht weg, bleib doch da. Und dann in das Herz zu lauschen, in das eigene Herz oder auch im Blick des Anderen zu sehen, ah, Hoffnung, da bist du. Das war der Gedanke, die Vision, die hinter dem folgenden Lied steht. Und insofern ist es ganz folgerichtig, dass unsere Kinder da auch von dem gesamten Chor wie von großen Vaterhänden umfassen werden. Applaus Ach, Hoffnung, da bist du. Stimm der Licht, was nun, wo bist du? Zeig dir wie zum Licht, was nun, wo bist du? Geh doch nicht fort, nur ein Gott an diesem Ort. Geh doch nicht fort, wenn sich schranken, was ich verstehe, regeln ohne Ende, breite Blut und Wände, Stunden wie ein Stein, denn mit Sonnenschein. Hoffnung, wo bist du? Schöne Licht, Hoffnung, wo bist du? Zeig dir wie zum Licht, doch nun, wo bist du? Geh doch nicht fort, bleibe an diesem Ort. Geh doch nicht fort, bis ich lange, vierzig Nächte, was soll aus uns werden? Angst hab ich zu sterben, wir rühren, wir rühren, auf dem weiten Meer. Zingung, wo bist du? Magst du mich zu? Post, 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 post. Mach uns wieder froh, Post, 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 post. Schade, wie ist das egal, wer bei uns war. Du, liebe Freunde, nicht vergessen, Gemeintag ist nicht eins. Zusammen nicht dabei, wollten wir vereint, bis das Licht erscheint. Zusammen nicht dabei, wollten wir vereint, bis das Licht erscheint. Zusammen nicht dabei, wollten wir vereint, bis das Licht erscheint.